Seelenpartnerschaft, Liebe ohne Limit. Wünschen wir uns das nicht alle? Darüber spreche ich heute mit der wunderbaren Anne Heinze. Hallo Anne. Hallo Thomas. Und wo erleben Sie das? Natürlich auf Mystica TV. Ja, Seelenpartnerschaft, was heißt das? Ist das überhaupt zu verwirklichen in diesem Leben, den idealen Partner zu finden? Muss ich da selber mich vorbereiten? Ist das ein Mythos? Darüber spreche ich heute mit dir, liebe Anne. Ich grüße dich nochmal. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Und wenn ich dich kurz vorstellen darf, du bist seit 88 erfolgreich als Coach, Therapeutin, Heilpraktikerin und Ausbilderin. Du gründetest unter anderem die Open Mind Akademie und die Liebesakademie. Du hast viele Frauen beraten, viele Unternehmer, viele Menschen mit großen Problemen. Du bist selbst gerade in einer spannenden Wandlungsphase. Darüber sprechen wir in einem zweiten Teil. Aber jetzt geht es um die Seelenpartnerschaft. Vielleicht mal ganz kurze Definition. Was verstehst du darunter? Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die was von Seelenpartnerschaft glauben zu wissen. Und ich glaube auch nicht viel mehr zu wissen. Ich ahne mehr. Und zwar durch viele Gespräche mit Menschen und durch eigene Erfahrungen. Und die Seelenpartnerschaft, wie ich sie erlebt habe, ist eine ganz, 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 ganz tiefe Verbindung zwischen Menschen. Und du genau weißt, das ist jenseits dessen, was Beziehungspartnerschaft, Alltagsleben und Alltagsleben ausmacht. Das ist eine ganz tiefe Verbundenheit, die noch nicht mal unter Umständen in eine gelebte Liebesbeziehung wenden muss. Das heißt, viele erleben das vielleicht schon und erkennen es nur nicht, weil es nicht die übliche klassische Beziehung ist? Ja. Und es ist ja auch so, es gibt viele Menschen, die haben diese Idee, einen Seelenpartner, wenn ich den endlich gefunden habe, dann ist mir alles egal. Und ich habe das große Glück gefunden. Und der Himmel hängt voller Geigen. Und der erfüllt mir auch alle Wünsche. Alle Wünsche. Ah ja, genau. Also Hollywood-Klischee, sage ich dazu immer. Aber ich glaube, der Seelenpartner ist zu etwas ganz anderem da. Und der begegnet uns, glaube ich, um das Lieben zu lehren. Das heißt, es ist vielleicht auch gar nicht immer eine einfache Verbindung. Fällt dir da so ein Beispiel ein? Total herausfordernd. Beispiele natürlich. Die Klassiker. Man trifft sich irgendwo und lebt aber 500 Kilometer voneinander entfernt. Das ist die einfache Variante. Fernbeziehungen gehen ja heute. Komplizierter wird es. Einer und noch einer treffen sich und ist aber in einer Beziehung. Sehr kompliziert. Dann, es passt überhaupt nicht. Kulturelle Unterschiede. Also, Frau fährt nach Afrika, trifft Mann und sagt, ah, was bin ich mit einem Afrikaner? Und ich habe so viele kulturelle Unterschiede. Da passt so vieles nicht. Oder Altersunterschiede. Sie sehr viel älter oder sehr viel jünger als. Einer, der seit 30 Jahren Single ist mit einer Frau mit sechs Kindern. Ja, also diese wirklich absoluten Diskrepanzen, wo du auf den ersten Blick sagst, die passen doch gar nicht zusammen. Und dann zu erleben, ja, das hat mit Passen ja überhaupt nichts zu tun. Also es ist einfach eine einzige Herausforderung an Wachstum, Persönlichkeitswachstum. Und sich öffnen an das, was möglich ist und nicht zu glauben, vorher zu wissen, wie etwas zu laufen hat. Das erfordert Mut, dran zu bleiben. Rätst du das immer, sozusagen wirklich die Chance zu nutzen, wenn so eine Begegnung stattfindet? Ich weiß, es ist ja auch legitim zu sagen, es ist mir zu stressig, ich würde gerne meinem Herzen folgen, aber es geht einfach nicht. Ja, genau das. Ich glaube nicht, dass man das erzwingen kann. Mut, ja, ich ermutige gerne, sehr gerne. Ich erlaube auch gerne, es auszuprobieren. Es gibt Menschen, die verbieten es sich wirklich. Und weil da Konventionen und Dogmen und was da so alles eine Rolle spielen kann, da probiere es aus. Wirklich Erlaubnis geben, ausprobieren, ermutigen und dann kann es doch passieren, dass man sagt, mir fehlt die Kraft dazu. Weil die Seelenpartnerschaften sind oft so richtig konfrontativ. Die holen aus dem Partner das hervor, was er eigentlich am allerwenigsten zeigen möchte. Aber was vielleicht das Leben von ihm will, was sozusagen die nächste Stufe bedeuten könnte. Leben ohne Limit heißt ja eben auch, wie wir schon angedeutet haben, nicht unbedingt Mann, Frau. Wenn jetzt ein Mann verheiratet ist und er begegnet einem, also mit einer Frau verheiratet ist, zwei Kinder hat und er begegnet einem anderen Mann und spürt plötzlich intensive Gefühle. Das traut er sich ja oft kaum, sich selber zuzugestehen und er weiß nicht, was soll ich jetzt damit tun. Vielleicht ist eines der Dinge, das zu verstehen gilt, es muss ja nicht in Sexualität münden. Aber trotzdem sollte er irgendwo seinem Herzen folgen. Wie geht er damit um? Was tut er da? Offenheit. Ich weiß, es ist eine riesige Herausforderung für alle Beteiligten. Es wird riesig schwer, wenn er sich zerreißt, zu seiner Frau hin, nicht offen zu sein. Ich kann nicht, weil ich verletze sie und ihr Weltbild fällt zusammen und unsere Familie wird unter Umständen schockiert sein. Und sich die Liebe so aus dem Herzen zu reißen, das funktioniert ja nicht. Das ist wie, wenn ich mir die Nahrung entziehe und sage, ich höre einfach auf zu essen, ich brauche kein Essen mehr, ich brauche einfach kein Essen. Ist egal, ich kann einfach nur von der Luft und vom Wasser leben. Das geht eine Zeit lang. Und wir kennen Meister, die können das. Aber in der Regel ebbt unsere ganze Lebensenergie dann ab. Und so geht es den Menschen, die sich der Liebe entsagen, auch. Jetzt hat er das aber unter Umständen völlig mutig gemacht. Und was passiert dann? Das ist eine Herausforderung für die Partnerin, vollkommen eine Herausforderung. Es ist für ihn selber, der muss sich ja selber komplett in Frage stellen. Nein. Und diese, das sind so Grenzzustände des Lebens, die machen die Seele frei. Und das ist das Leben, ja. Also man sagt ja auch, in Beziehungen entwickelt sich der Mensch am meisten weiter oder erlernt am meisten. Würdest du das auch so sagen? Ja, unbedingt. Also es ist überhaupt keine Kunst, wenn ich alleine bin und Single lebe und so, ja, ich lebe mein Leben so vor mich hin und finde das alles toll. Das habe ich jetzt auch einige Jahre erlebt, aber richtig herausfordernd, wirklich spannend wird das Leben in Partnerschaft. Weil der Partner spiegelt dir ja immer alles. Und vor allen Dingen auch gerade das, was du nicht sehen möchtest. Ich selber in meinem Spiegel gucke noch einfach weg, wenn ich sage, boah, bis du heute mal wieder drauf. Ja, ich bin ungerecht, ich bin ungeduldig, ich bin herrschsüchtig, ich bin, was weiß ich, ein Kontrollfreak und all sowas. Der Partner sagt dir das auch. Ja, kenne ich auch. Jetzt haben wir die andere Seite. Manche Menschen wünschen sich ja so etwas und erleben es nicht oder denken sie erleben es nicht. Was gilt es denn da vielleicht zu verändern im eigenen Verhalten oder in der eigenen Offenheit? Was kann ich tun, um bereiter zu sein? Denn steuern kann ich es nicht, wann mir so ein Mensch begegnet, aber was kann ich selber tun? Total viel, total viel. Ja, wirklich. So wie ich vorhin sagte, Seelenpartner lehren Lieben und die Liebe, so kann ich mich für die Liebe vorbereiten. Und ich kann mich öffnen dafür, Liebe zu empfangen, Liebe zu erleben, indem ich Liebe gebe. Das war das allererste. Ich sähe überall in meinem ganzen Leben Liebe. Überall kommen Saatkörner von Liebe irgendwo hin. Und nicht mit irgendeiner Absicht. Und dann gieße ich da drauf und dann muss das da und dann habe ich meinen Seelenpartner. Nee, nee. Das ist so ein Verschenken. Und zuallererst bei sich selbst. Es gibt ja, ich glaube, es ist fast eine Geisel für viele Menschen. Sich selbst lieb zu haben mit dem ganzen Kram, der einen halt ausmacht. Die schönen Seiten lieb zu haben ist ja nicht schwer. Ich kann toll reden und so, nun weiß ich, echt cool. Aber ich bin halt auch wahnsinnig im Kopf, manchmal ständig Sorgen, auch das lieb zu haben. Genau. Die Selbstzweifel, der Perfektionismus, der Kontrollwand, die Ungeduld, die Besserwisserei, whatever. Die Weinerlichkeit, ja, ja. Wir sprachen aus der Theorie aus. Ja, rein theoretisch nur. So, wenn ich das in Liebe annehmen kann in mir und morgens ins Spiel, zu sagen, mal gucken, was du heute wieder so lieferst, ja. Und das aber wohlwollend und liebevoll und nicht schon wieder, wie du schon wieder aussiehst und hast du wieder eine neue Falte und meine Güte, hast du wieder blöde Gedanken gehabt heute Morgen. So gucken aber viele Menschen in den Spiegel. Und das Verrückte ist, sie versauen sich die Gegenwart und das Schlimme ist, wenn sie dann auch noch über die Zukunft anfangen zu grübeln und sich Sorgen machen und sagen, wenn du das wieder falsch machst oder wenn dir das nicht gelingt oder wenn du keinen Erfolg hast, dann machen die sich so einen Stress und einen Druck, der Leben nicht besonders einlädt. Ja. Oder wenn mir ein Partner begegnet, dann muss ich aber perfekt aussehen. Dann muss ich jetzt, ja klar, es ist ein riesen Druck. Nun, stell dir mal vor, ich finde mich richtig scheiße, ja. Ich werde rein theoretisch, ja. Und dann begegnet mir ein Mann, der mich total toll findet. Die erste Reaktion wäre, ich glaube ihm das nicht. Ich glaube dem gar nicht, ja. Und ich kenne viele solche Frauen, die haben solche Gespräche schon x-fach geführt, die dann einfach sagen, der hat doch eine Macke. Und dann machen sie ihn madig und glauben ihm nicht und kritisieren an ihm rum, wo ist der Haken und so. Und dann sucht er das weiter, obwohl er sie wirklich toll fand. Also Selbstakzeptanz, Selbstliebe ist so wirklich die Grundlage der Liebe ohne Limit. Und wenn diese Liebe ohne Limit erstmal in dir so wachsen kann, nobody's perfect, das geht ja nicht von heute auf morgen. Wir üben ja auch noch, ne? Wir üben. Wir üben täglich. Und dann, es ist aber ein zartes Pflänzchen, was immer mehr werden kann. Und dann geht von außen immer mehr die Liebe in Resonanz. Das passiert. Und nur da zu sitzen und sagen, ich will jetzt meinen Seelenpartner, wo ist er, wo ist er, wo ist er, los her. So Bestellung ans Universum und so. Ja, das reicht nicht. Das reicht nicht. Und deswegen sage ich, man kann viel, viel, viel dafür tun. Sehr viel. Du kennst bestimmt Menschen, die ein unheimlich liebevolles Leben leben. Es ist ganz viel Liebe in ihrem Leben. Und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen, in der Familie, im Freundeskreis, in der Partnerschaft. Und da gibt es welche, die sind total lieblos. Und da kann ich was dran ändern, aus einem lieblosen Leben ein liebevolles Leben zu machen. Ja, und bei den liebevollen Menschen spürt man ja auch, die sind verbunden mit allen möglichen, sind für jeden offen und so. Das kann man kultivieren. Es gibt ja Menschen, die erleben mehrere Seelenpartnerschaften im Leben. Und andere sagen so, was gibt es überhaupt nicht. Ja, alles ist möglich. Ja, du sprachst ja auch von fünf Schritten zur Liebeskultur in deinem Buch. Da ist eben die Liebe zu mir das erste, Liebe zum Du das zweite. Und dann zur Gemeinschaft. Wie würdest du das beschreiben? Verbundenheit zu anderen Menschen. Wir sind nicht eins und eins und das ist sehr viel mehr. Und ich glaube tatsächlich, das ist meine Lebensphilosophie, ich habe die Verpflichtung an die Gemeinschaft, etwas zurückzugeben. Und ich tue das furchtbar gerne. Das ist das Sehen, das ist das Verschenken, das ist das Weitergeben. Paid Forward gibt es einen wunderbaren Film, einen hervorragenden Film, wo ein kleiner Junge einfach immer eine gute Tat weitergibt in der Schulklasse. Und das wird ein wunderbarer Film. Okay, wir werden es recherchieren. Wir bringen den Link unten am Text. Bitte, sehr schön. Ganz toller Impuls. Weil, guck mal, wenn ich einen Stein ins Wasser schmeiße, dann macht das Doink, 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 Doink. Und wenn ich in Liebe vor das Leben lebe und Liebe verteile, dann mache ich Dumm, 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 Dumm. Und die Liebe wird mehr. Liebe und Wissen wird mehr, wenn ich es verteile. Und das ist Liebe zur Gemeinschaft. Schau. Liebe zur Erde. Ja. Hallo. Wird oft vergessen, ja. Oh, das ist doch, das ist ein Organismus, das ist wirklich ein Wesen, das atmet, das Liebe ausströmt, das uns nährt. Das ist die Mutter Erde. Wie können wir die nicht lieben? Wie können wir ertragen, was auf dieser Erde passiert? Jeden Tag eine Fläche, so groß wie Hessen, an Regenwald, was vernichtet wird. Diese unglaubliche Massentierproduktion, dieses unglaubliche Elend, was wir verursachen mit unserer Nahrungsmittelproduktion. Boah, das ist ein ganz schlimmes Thema, da fange ich gleich an zu heulen. Weil das ist was, wo ich glaube, wir alle sehr viel mehr tun. Und das war wirklich für uns, wir müssen ja nicht gleich in die große Politik gehen. Es beginnt ja mit dem Bewusstsein, da einer wieder sich dessen bewusster auch unsere lieben Mitgeschöpfe, die Tiere, was die leihen müssen. Wir wissen was. Genau. Und das hat was mit Achtsamkeit und Bewusstsein zu tun. Ich fahre mal eine Autobahnausfahrt raus. Rechts und links ist der Müll in der Pampas. Die Leute schmeißen aus dem Fenster, ja. Das fängt an damit wirklich, und ich gehe im Wald spazieren und sammle immer Müll auf, ja. Es gibt überall Papierkörbe. Warum muss fünf Meter neben dem Papierkorb der Müll auf dem Boden liegen? Und da können wir alle was tun. Mit Achtsamkeit, mit Bewusstsein und mit dem wirklichen Wissen, wir dürfen das nicht zerstören. Wir dürfen das nicht zerstören. Oh, das Meer. Was passiert im Meer? Die Fischbestände, wir haben ja bald nicht mehr. Wir haben keine Fische mehr. Ja, Plastikmüll, der alles zerstört. Oh, was war der fünfte Punkt? Wird es noch schlimmer? Danke, auf jeden Fall. Nein, danke fürs Erinnern, sage ich mal. In der Tat, vergesse ich das auch manchmal. Der fünfte Punkt fällt mir schon wieder sehr viel leichter. Liebe zur Lehre. Die Lehre mit zwei E. Zur Stille, zu dem, was nicht aussprechbar ist. Ja, das Wortlose, die Lehre, die Gnade, die Liebe, das Sein, das Bewusstsein. Die Lücke, in der so Wunder geschehen können, die man dann gar nicht mehr sich wünschen muss, sondern die ganz voll alleine kommen. Das heißt ja auch so, der Mensch ist oft stressig und dann wird er krank, weil der Körper überhaupt keine Ruhe hat, selber sich zu regulieren, zu regenerieren. Ja, in dieser Stille, in dieser Lehre, in diesem reinen Sein, das ist eine totale Kraftquelle. Das ist ein sprudelnder Vulkan voller Magma und Lava und das nährt total. Und das ist ein totaler Kontrast, weil sehr viele Menschen verbinden mit dieser Lehre so ein Om-Om-Musen. Und es ist tatsächlich Stille. Und auch ein Nichts, ja, man hat auch Angst vor dem Nichts, wenn man das falsch verstehen kann. Ja, aber gleichzeitig ist es so. Ja, schön. Ja, eines deiner weiteren wichtigen Themengebiete ist ja, es gibt ein Buch, das heißt Außergewöhnlich Normal, Hochbegabt, Hochsensitiv, Hochsensibel. Also Menschen mit besonderen Fähigkeiten, mit besonderen Sensitivitäten. Haben die nochmal ganz andere Probleme, einen Partner zu finden? Naja, überleg mal, bei denen ist einfach im gesamten Systemkörper sehr viel mehr los. Das Gehirn macht bumm, 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 hat da Synapsen, die allerlei Verbindungen haben, die sonst viele Menschen nicht haben. Vernetzen sehr viel, sind übrigens sehr selbstkritisch, sind sehr perfektionistisch. Und die Hochsensiblen haben alle fünf Sinneskanäle, die der Körper so bietet, weit ausgefahren. Ja, und jetzt überleg mal, wenn ein hochbegabter Mensch auf einen anderen Hochbegabten stößt, der ebenfalls sehr, auch verkopft ist oft, ein größeres Problem oft, was da an Konflikten auftauchen kann. Jetzt nehmen wir es andersrum, ein Hochbegabter, der auf einen ganz Normalbegabten trifft. Oder ein, sagen wir mal, etwas lustig formuliert, ein Tun mit Menschen, der einfach, der auch eine hochentwickelte Seele sein kann, aber in diesem Leben halt einfach nicht so. Ganz einfach. Ja, einfach andere Themen in seinem Leben hat, sagen wir es so. Ich möchte es wirklich nochmal betonen, es hat keine Wertung. Nee, absolut. Es ist einfach, was hast du für eine Schuhgröße, was habe ich für eine Schuhgröße, na, ein Maß. So, völlig unterschiedliche Menschen treffen aufeinander aufgrund, sehen Partnerschaften, man kann sich nicht aussuchen. Wie gehe ich dann damit um? Ja, und das kann sein, ich kenne Partnerschaften, die dann so sind wie, er oder sie ist der Fels in der Brandung. Ah, ja. Also, es ist das Verlässliche, das Beständige, das Berechenbare, was dann für diesen Menschen, wo dieses Feuer in den Sinnen unterwegs ist, total wichtiger Hafen ist. Und für andere ist es, oh Gott, ich langweile mich zu Tode. Ich komme nach Hause und weiß jetzt schon, wie es abläuft. Und ich komme nach Hause und weiß, das Gespräch ist, hm, da gibt es auch keine Empfehlung, sondern auch wirklich nur Bewusstheit hinzuschauen, was ist das, was mir entspricht. Und das Schöne ist, bewusst zusammen hinschauen vielleicht auch. Ja, genau. Ja, und sich nicht anpassen. Nicht, dass das bunte Zebra, sage ich immer, zu diesen außergewöhnlichen Menschen, da ist einfach, das ist eine Beschreibung. Mit dem Hofflinge, das ist das andere Nettpferd. Hübsch, auf dem Cover deines Buches auch, sehr schön. Die können einfach miteinander sein auf einer großen Weide, wenn beide wissen am Moment, der hat bunte Streifen und der ist schön, angenehm, warm, braun und keiner versucht sich zu verstellen und zu verbiegen. Und das ist eigentlich das Anliegen, was ich in all meiner Arbeit habe, sich nicht zu verbiegen. Was ist das, was mich ausmacht? Und authentisch zu sein und auch, man darf ja sich auch schon zugestehen und sagen, das funktioniert dann halt so nicht mehr. Das kostet dann auch Mut, dann vielleicht doch eine Beziehung auf eine gewisse Art und Weise zu beenden, was ja nicht heißen muss, die Liebe zu diesem Menschen zu beenden, oder? Nein, die Liebe ist ja sowieso was. Können wir auch wieder nicht steuern, das geschieht. Ja, nein, das ist so, ja. Manchmal geht die Liebe auch, die ist vorbei. Also eigentlich, ich sag mal so, die Liebe nicht zu beschneiden, ist vielleicht sogar mit das Wichtigste, kann man das so sagen, wenn ich eine Liebe spüre, zu einem Menschen, zu wem auch immer? Haben wir es überhaupt in der Hand? Wir haben es noch nicht mehr in der Hand. Wenn sie, die kommt, sie kommt einfach und die überfällt uns. Ja, Moment, wir haben es schon in der Hand, das stimmt. Die überfällt uns und wir können die pflegen. Oder wir können sie missachten und mit den Füßen treten und dann geht die einfach. Ich kann Ja dazu sagen oder Nein. Wenn ich Nein sage, spüre ich immer noch etwas, das kann ich verdrängen, bin aber nicht glücklich, oder? Ja, ja, ja. Aber trotzdem, die Frage ist toll, was haben wir überhaupt in der Hand? Darüber sprechen wir im zweiten Teil nochmal intensiver. Jetzt noch vielleicht, um da zum Ende zu kommen, würdest du sagen, in unseren heutigen Zeiten gibt es viel mehr dieser Seelenpartnerschaften oder ist es einfacher geworden, auch ungewöhnliche Beziehungen zu pflegen und zu leben? Ja, definitiv, ja. Das Schöne ist, wir haben das Internet. Wir haben das Internet und das macht unsere Arme sehr viel weiter. Wir können einfach mehr Menschen erreichen. Wir können sie leichter finden. Über einen verbalen Kontakt, ob das Online-Partnerbörsen sind oder Xing oder Facebook oder was weiß ich, was das so alles gibt, kann es passieren, dass ein wie so ein Codewort fällt, schon wirklich oft erlebt. Ja, echt? Und wenn wir diese größere Präsenz, die wir mit unserem Sein dadurch bekommen, können wir leichter Seelenpartner finden. Sehr schön. Anne, ich danke dir. Sehr, sehr spannend, sehr ermutigend. Also folgen Sie Ihrem Herzen, egal was ist. Das ist, glaube ich, das allerbeste, was man tun kann, oder? Unbedingt. Immer nach dem Herzen schauen und auch wirklich sich ums Herz kümmern, der Intuition folgen und da oben immer schön aufpassen, dass das nicht dazwischen funkt, weil die Neigung haben wir alle. Wunderbar. Danke, liebe Anne. Gerne. Alles Gute Ihnen. Folgen Sie Ihrem Herzen. Vielen Dank.